Schau, dass du nicht frontal drauf zu müssen, sondern irgendwo auf. Wups, das war dumm. Halt! Stopp! Manöverfahrt! Echt? Nicht dein Ernst? Doch! Ich bin aber gleich noch aufgeführt. Also ich bin da einfach gerade... Wups! Ja, wir können eigentlich das Schiff gleich da lassen. Ja, ja. Aber du schwimm mal schön, ne? Alter! Ach, da bist du, ne? Weißt du eigentlich, wie lange wir brauchen, bis wir dort sind? Meinst? Na, komm drauf, dann fahren wir noch ein bisschen nach rechts. Ich paddel da jetzt! Boah, ey, vergiss es! Auf, Feifisch! Oh! Nein! Nein! Wir gehen da sicher nicht! Wir schwimmen da sicher nicht hin! Von jetzt ab, caricatur kannst du mal gemacht! Anfang!